So, willkommen zurück. Wir sind nach wie vor im Themenbereich 1, Computernetzwerke, und setzen uns jetzt mit dem Thema der Schichtenmodelle auseinander. Ich habe jetzt schon mehrfach Schichtenmodelle, Komplexitätsreduktion, Transparenz erwähnt, auch erklärt, was diese Begriffe bedeuten in Softwaresystemen. Jetzt nähern wir uns diesem Schichtenmodellbegriff im Bereich der Netzwerktechnologie. Wir brauchen das, um das, was wir als Internet kennen, realisieren zu können. Das haben wir im letzten Thema schon gehört, was dann ganz kurz um das Internet gegangen ist. Da können komplett unterschiedliche Netzwerktechnologien miteinander verbunden werden, ohne dass man als Anwender etwas davon merkt. Und das wird nur dadurch ermöglicht, dass unterschiedliche Protokolle, unterschiedliche Schnittstellen, die definiert sind, wie einzelne Rechner miteinander sprechen können, übereinander geschichtet werden und jede dieser Schichten Komplexität, die darunter liegt, versteckt, transparent macht, sodass die darüber irgendeine Schicht sich drauf verlassen kann, dass das, was darunter ist, schon funktioniert, was jeweils versprochen wird. Es gibt zwei Schichtenmodelle, die wir uns anschauen müssen, die sind auch historisch so gewachsen. Das ist einerseits das sogenannte DOD, Department of Defense Modell, Department of Defense, das amerikanische Verteidigungsministerium. Man kann vielleicht schon rückschließen, wo das herkommt. Ich habe vorhin erwähnt, im letzten Video, dass das Internet ein militärisches Projekt war. Das Internet ist eine Instanz, also das realisiert dieses Department of Defense Modell. Man spricht deswegen auch vom Internetschichtenmodell. Und historisch später gekommen, ein bisschen komplexer, dafür auch allgemein einsetzbar, ist das sogenannte ISO-OSI-Sieben-Schichtenmodell. Das ist das, was standardisiert wurde. Während das Department of Defense Modell nur, wenn man jetzt nicht ganz falsch liegt, fünf Schichten kennt, werden wir dann gleich sehen, haben wir im ISO-OSI-Schichtenmodell ein bisschen eine feinere Aufteilung zwischen den Komplexitätsebenen und verwenden, also sieben Schichten. So, wir schauen uns das vielleicht einfach gleich anhand der Grafik an. Im Department of Defense Schichtenmodell, und ich habe schon an Blödsinn gesprochen, wir kennen nur vier Schichten, nicht sieben, im Department of Defense Modell ist es so, dass vier unterschiedliche Abstraktionsebenen unterschieden werden. Das ist der sogenannte Network Access Layer. Da sprechen wir von diesen einzelnen Netzwerken, die im Internet miteinander verbunden sind. Das heißt, es ist die konkrete Hardware, plus die Netzwerktechnologie, die wir verwenden, um diese Hardware zu verknüpfen. Das ist der Network Access Layer. Darum kümmert sich das Internet selbst nicht, das Internet stellt nur den Anspruch, dass wir, egal was da unten passiert, einheitlich darauf zugreifen können. Dass es da dann Schnittstellentechnologien gehen muss, werden wir später sehen, wenn wir uns mit dem IP beschäftigen. Also das ist die Ebene der autonomen Systeme, die wir im letzten Video definiert haben. Da haben Sie Ihr Heimnetzwerk zum Beispiel angesiedelt, das Ethernet sein kann, das auch Wi-Fi sein kann. Da haben Sie das Netzwerk des Mobilfunkbetreibers angesiedelt, das vielleicht mit UMTS oder mit LTE realisiert ist. Da ist das Netzwerk Ihres Internet-Providers zu Hause angesiedelt, das vielleicht mit DSL realisiert ist. Also alles, was konkrete Technologien sind, das ist am Network Access Layer angesiedelt. Das DOD-Modell setzt dann direkt drauf den sogenannten Internet Layer. Das ist jetzt die Technologie, die diese einzelnen autonomen Systeme miteinander verknüpft und sich darum kümmert, dass die miteinander sprechen können, beziehungsweise dass die Pakete von einem Knoten von einer Seite zum nächsten weitergeleitet werden. Dort sind Komponenten wie der sogenannte Router angesiedelt, wir werden uns das alles noch näher anschauen später, abstrahiert, aber schon davon, was ganz konkret an Technologie drunter liegt. Die IP-Adressen, also die Adressen, die numerischen Adressen, mit denen im Rechner im Internet adressiert werden, aufgefunden werden können, die sind ebenfalls dieser Ebene zuzuordnen. Darüber angesiedelt ist der sogenannte Host-to-Host-Layer. Am Host-to-Host-Layer geht es jetzt darum, dass wir im Sinne der verbindungsorientierten Paketvermittlung so tun können wollen, wie wir an die einzelnen Hosts, also die einzelnen Rechner, direkt miteinander reden können. Das heißt, auf dieser Schicht sind alle Rechner oder alle Dienste angesiedelt, die uns dabei helfen, dieses Versprechen, dass alle Daten, die geschickt werden, auch tatsächlich an der Gegenstelle ankommen, diese Dienste sind auf dieser Ebene angesiedelt. Das TCP, im TCP-IP, also das Transport-Control-Protokoll, das wäre ein Dienst, der auf dieser Ebene angesiedelt ist. Also während drunter am Internet leer ist, noch darum geht, die einzelnen autonomen Systeme zu verknüpfen und Pakete zwischen diesen Systemen weiterzuleiten, interessiert uns das am Host eher schon nicht mehr. Wir wollen nichts mehr davon sehen, dass da Pakete zwischen unterschiedlichen Netzwerken weitergeschickt werden müssen. Wir wollen so tun können, wie wann die einzelnen Rechner direkt miteinander verbunden werden. Also wir wollen, wie wir und zwar Rechner nebeneinander stehen würden und da ein Kabel gespannt ist, genauso wollen wir tun können mit dem Internet und das erlaubt uns dieser Host-to-Host-Layer. Und ganz oben ist der Process-Layer, das sind die eigentlichen Anwendungen. Und zum Beispiel das HTTP, das Web, also das World Wide Web-Protokoll, das World Wide Web realisiert, oder SMTP, das Protokoll, mit dem E-Mails verschickt werden. Die sind am Process-Layer konkrete Anwendungen, die können sich, weil sie auf dem Host-to-Host-Layer aufbauen drauf verlassen, dass die Verbindung zwischen den Knoten steht und kümmern sich dann darum, dass die konkreten Anwendungen realisiert werden können. Also vielleicht, dass wir das da oben einmal dazu notieren. Wir hatten da das IP, wir hatten da zum Beispiel das TCP und wirklich nur als Beispiel das HTTP wäre dann am Process-Layer angesiedelt. Genau. So, das ist relativ einfach, relativ kompakt, dieses Modell und im praktischen Betrieb auch ausreichend, im Wesentlichen, wenn wir es mit dem Internet zu tun haben. Deswegen hat es in der Praxis auch durchgesetzt. Wir haben heute allgegenwärtig Internet-Technologien, deswegen reicht uns zur Beschreibung dieses Aufbaus des Internet, auch das Modell, das genau dafür geschaffen wurde, aus. So, muss aber nicht so sein, notwendigerweise. Das haben Sie dann im Detail beschrieben. Muss nicht so sein. Es gibt auch was anderes als das Internet. Man kann sich ja auch vorstellen, dass man Netzwerke anders miteinander verschalten können möchte. Es hat vielleicht auch, nicht vielleicht, es hat konkurrierende Ansätze gegeben. Dann ist das alles in einen Standardisierungsprozess gekommen und damit man alle Einzelinteressen unter einen Hut bringen konnte, ist man dann irgendwann einmal nicht bei den Vierschichten gelandet, sondern bei einem Siebenschichten-Modell. Das ist heute der de facto Standard. Mit dem beschreibt man verteilte Systeme oder Computernetzwerke am allgemeinsten. Deswegen sollte man diese Siebenschichten auch können oder wissen, was dort eingeordnet ist. Es gibt eine ungefähre Zuordnung, die Sie auch im Skriptum haben. Und man sieht, im Wesentlichen ist die unterste Ebene unterteilt in zwei unterschiedliche Aspekte und die oberste Ebene, die wird viel feinkranularer aufgelöst. In der Mitte, wo das eigentliche IP und das TCP angesiedelt waren, im Internetmodell, dort gibt es eine Entsprechung, auch im Siebenschichten-Modell. Schauen wir uns ganz kurz das Siebenschichten-Modell noch an. Das kommt im Skriptum dann direkt danach. Die sieben Schichten, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer zu merken sind, wäre was, was man vielleicht können sollte. Das ist allgemeinwissen des Informatikers. Man sollte nicht nur die Schichten benennen können, sondern vielleicht auch wissen, in welche Reihenfolge sie kommen. Das hilft dabei, sich bei Bewerbungsgesprächen nicht zu blamieren. Das ist mir zugetragen worden. Absolventen. Wir beginnen im Siebenschichten-Modell wieder unten und sprechen dort vom Physical Layer, also der Bit-Übertragungsschicht. Was vorhin, wenn wir nochmal zurückschauen, der sogenannte Network Access Layer war, ist jetzt unterteilt. Vorher habe ich gesagt, da ist die Hardware und alles an Software, was dann die Vernetzung auf dieser Ebene sicherstellt. Hoppla. Da waren wir. Das ist im Internetschichten-Modell zusammengefasst. Hier wird es unterteilt. Wir haben am Physical Layer tatsächlich spezifiziert, und zwar ausschließlich wie die Hardware ausschaut und wie Bits übers Kabel übertragen werden. Das heißt, Gowns, Low Level, welche Spannungsniveaus denn verwendet werden, um zu kennzeichnen, dass jetzt ein 1-Bit kommt und wie ein 0-Bit ausschaut und wie schnell die Daten übertragen werden dürfen, wie lang die Leitungen sein dürfen, wenn wir dann beim Istan erzählen, ist dort alles spezifiziert. Wie die Stecker ausschauen, ebenfalls. Die zweite Komponente bei so einer Netzwerktechnologie ist immer, wie dann die eigentliche Datenübertragung funktioniert, wie die einzelnen Hosts im lokalen Netzwerk angesprochen werden. Das ist am Data Link Layer, auf der Sicherungsschicht zu deutsch, abgebildet. Sicherungsschicht heißt sie deswegen, weil sie aufbauend auf der Hardware aufsichert, dass Daten im Netzwerk tatsächlich auch physisch übertragen werden können. Zweiter Begriff, der da immer wieder kommt, ist MAC, Medium Access Control. Das ist MAC, Medium, also das Hardware-Medium, Access, der Zugriff, Control. Also die Schicht, die sich darum kümmert, wie denn einzelne Geräte tatsächlich auf das physische Medium zugreifen können. Und MAC oder MAC kennen wir vielleicht von der MAC-Adresse. Das hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man sich einmal die Netzwerkeinstellungen vom eigenen Rechner umschaut hat. In der Praxis ist das sehr oft wieder zusammengefasst. Zum Beispiel das Ethernet hat eben beide Komponenten. Im Ethernet gibt es die Hardware-Spezifikation, gibt es aber auch die Spezifikation, wie die Sicherungsschicht auszuschauen hat. Muss aber nicht so sein, kann unterschiedlich sein. Es gibt auch Ethernet-Varianten, die sich in der Hardware unterscheiden, wo der MAC-Layer aber trotzdem identisch ist. So, dann haben wir den Network-Layer. Da sind wir wieder abstrakter. Wir versuchen wieder von der konkreten Technologie zu abstrahieren und verknüpfen jetzt einzelne Netzwerke miteinander. Deswegen Network oder zu Deutsch die Vermittlungsschicht, also wenn man aufs Telefonnetz denkt, da kommt es auch her, da war ein Telekom-Betreiber bei der Normierung dabei, die Vermittlungsschicht, jene Schicht, die zwischen den einzelnen Netzwerken der Betreiber vermittelt oder die Vermittlungsstelle bildet. In der Praxis haben wir eben da das IP angesiedelt. Dann geht es um den Transport-Layer, die Transportschicht. Auch hier wieder im Internetmodell heißt die Host-Host-Schicht, hat die gleiche Funktion. Da geht es um den Datentransport zwischen zwei Hosts, also um die Sicherstellung, dass die Daten tatsächlich zwischen den beiden Hosts ausgetauscht werden können. Da kann man sich jetzt unterschiedliche Qualitätsstufen vorstellen. Das TCP, das wir sehr oft verwenden, das stellt eben sicher, dass wir verbindungsorientierte Paketvermittlung haben, also so tun können, wir waren tatsächlich eine bestehende Leitung zwischen den beiden Knoten. Es gibt nur ein zweites Protokoll, an dieser Stelle vielleicht erwähnt, das sogenannte UDP, das hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Protokoll, das auf dieser Schicht eine verbindungslose Paketvermittlung realisiert, also das nicht. Die Daten verspricht, dass alle Daten tatsächlich ankommen. Dafür ist es schlanker, dafür verursacht es weniger Oberheit und die Daten können effizienter übertragen werden. Wenn es um Schnelligkeit statt um Zuverlässigkeit geht, zum Beispiel bei Sprachübertragung, wo es vielleicht wurscht ist, wenn es einmal kurz knackt, weil ein Datenpaket verloren gegangen ist, aber die Verzögerung nicht gering sein soll, dann nimmt man vielleicht eher UDP. Dann haben wir die obersten drei Schichten, die etwas schwer zu unterscheiden sind manchmal. Nicht umsonst sind sie im Internetschichtenmodell und im Process Layer zusammengefasst. Das, was wir im Process Layer schon zuvor verortet hatten, nämlich die konkreten Anwendungen, das ist das, was wir im Application Layer ansiedeln würden. Das heißt, der HTTP zum Beispiel, das wäre hier ganz oben anzusiedeln. Und dann gibt es noch den Session und den Presentation Layer. Es mag jetzt Protokolle geben, die sich nicht nur darauf verlassen, dass eine Leitung besteht, also so wie der Transport Layer, der mit TCP dann realisiert wird, sondern die sagen, okay, jetzt beginnen wir eine Sitzung, eine Kommunikationssitzung, dann tauschen wir Daten aus und zu einem bestimmten Zeitpunkt endet diese Kommunikationssitzung wieder und die Verbindung wird wieder abgebaut. Ein typisches Beispiel, wo wir das heute haben, ist die TLS, die Transport Layer Security, also die sichere, verschlüsselte Datenübertragung im Internet. Die könnte man dem Session Layer zuordnen, weil es dort tatsächlich zu Beginn der Kommunikation einen Verbindungsaufbau gibt. Da wird geschaut, sind die beiden Endgeräte tatsächlich die, die sie vorgeben zu sein. Wir kommen am Ende dieses Themenbereichs noch mal zu TLS ganz konkret und ein Schlüssel ausgemacht, mit dem dann die Daten verschlüsselt werden. Ganz zum Ende wird die Verbindung wieder abgebaut. Das ist dann das Ende der Session, Ende der Sitzung. Deswegen wäre es auf dieser Ebene anzuordnen. Wenn ich eine TLS-Verbindung habe, kann ich da wiederum beliebige Anwendungsprotokolle drüber fahren, wie das HTTP, dann haben wir HTTPS. Ich kann aber auch FTP drüber fahren, dann habe ich FTPS, also File Transfer Protocol. Ich könnte SMTP drüber fahren, SMTP-S, also mich mit dem Mail-Server verschlüsselt verbinden, IMAP-S, also meine Mails verschlüsselt, abholen. Unabhängig davon, welche Anwendung ich darauf fahre, habe ich das TLS als einheitliches Protokoll zur Absicherung der Datenübertragung, zur Verschlüsselung der Datenübertragung zwischen zwei Hosts. So, und die Präsentationsschicht, das wäre eine Schicht, wo Protokolle angeordnet sind, die sich damit beschäftigen, die Daten an unterschiedliche Gegebenheiten an den jeweiligen Hosts anzupassen. Da haben wir im klassischen Internetprotokoll-Stack nicht wirklich ein Beispiel dafür. Wenn wir das ganz kurz in der Beschreibung anschauen, wenn wir da nach hinten scrollen, ein Beispiel, das wir auch später noch einmal behandeln werden, ist das SOAP. Das ist etwas, was man braucht, um Web-Services zu realisieren. Läuft im Internet, hat aber jetzt den täglichen Einsatz, den Sie so kennen, wenn Sie im Web surfen, keine Bedeutung. Ich habe es aber vorhin schon einmal erwähnt. SOAP sorgt dafür, oder ist ein XML-basiertes Protokoll, das dafür sorgt, dass man Dienste im Internet anbieten kann, unabhängig davon, in welcher Sprache sie realisiert wurden. Sodass man dann auf Anwendungsebene, auf einen SOAP-Dienst zugreifen kann, unabhängig, ob meine Anwendung in Java, in C oder sonst irgendwie realisiert ist. Das SOAP abstrahiert davon und sichert ab, dass die einzelnen Dienste trotzdem miteinander kommunizieren können. Deswegen Darstellungsschicht oder Präsentationsschicht, weil die ausgetauschten Daten ganz konkret für die Anwendungen unterschiedlich dargestellt werden müssen. Auf der Präsentationsschicht selbst werden sie aber einheitlich ausgetauscht. Das macht zum Beispiel eben dieses SOAP. So, dann hätten wir auch schon wieder die beiden Schichtenmodelle durch. Also da wieder zum Merken auf jeden Fall. Im täglichen Betrieb im Internet reichen uns die vier Schichten des Department of Defense Modells. Wenn es um ganz exakte Bestimmung der Abstraktionsebene geht, dann greifen wir eher auf das Siebenschichtenmodell zurück. Da gibt es eine Korrespondenz dazwischen. Man sollte beide Modelle im Wesentlichen schon im Kopf haben. Man sollte sich die Schichtenabfolge merken und auch die Korrespondenz zwischen den beiden Modellen herstellen können. Und vielleicht verorten können, wo so ein klassischer Internetprotokollsteck angesiedelt ist. Das heißt, für jede dieser Schichten vielleicht ein, zwei Beispiele nennen können. Dann ist man schon gut dabei und wissen, was die jeweilige Aufgabe ist. Gut, das war's für den Themenbereich 1 mit den konzeptuellen Themen. In den nächsten Themen kommen wir jetzt zu den konkreten Technologien. Wir werden jetzt noch fortsetzen mit Ethernet und handeln uns dann im Schichtenmodell nach oben IP-TCP und dann schauen wir uns ein paar Beispiele für die Anwendungsprotokolle an.